hallo und herzlich willkommen zurück meine liebe freunde willkommen zurück zur saison nummer 5 beim 1860 münchen projekt wir haben uns in der liga gehalten wir haben jetzt gerade aktuell eine mannschaftsstärke von 0 wir haben 22 spieler ich habe ein bisschen aufgeräumt ein bisschen gemacht und ein bisschen geguckt ich habe die mannschaft noch nicht eingestellt weil das wollten wir ja zusammen machen deswegen ich bin jetzt erstmal mit einer standardaufstellung gehe ich erstmal rein mit dieser standardformation die ich so gehabt wie gesagt ich bin noch in der vorbereitung ich bin noch offen für eure vorschläge wie wir das machen wie ihr seht haben wir ein paar spieler verloren das ist nur weil ich sie in die zweite mannschaft gesteckt habe da ich nicht mit diesen spielern planer wie touray und so ich bin gerade aktuell auch am verhandeln mit einigen spielern für leihen wenn man sich das anguckt hier im verein da haben wir es soziak soll verliehen werden touray ist der einzige der verkauft werden soll sonst sollen sie okay und joaquin soll auch verkauft werden sonst sind sie alle hier zum verleihen bergau soll die sollen alle erfahrungen sammeln dass das ding die sollen einfach alle erfahrungen sammeln wir wollen natürlich auch gucken unsere zweite mannschaft ist stark genug für die regionalliga deswegen müssen wir uns da erstmal nicht drum kümmern marvin heinz ok da kommen noch ein paar weg wenn die alle weg sind sehen wir natürlich weiter argmann soll auch verliehen werden diese sollen der soll aber nach union berlin habe ich das gemacht oder düsseldorf ich glaube ihnen habe ich gesagt er soll zu düsseldorf gehen akman zu düsseldorf nein akman zu union wie gesagt union braucht ein schlimmer nachdem wir ja einen neuen gekriegt haben aber dafür gehen wir erstmal in die mannschaft unsere erste mannschaft aktuell ist unsere luca nummer eins lukas schneller aktuell dazu kann ich auch erstmal sagen herzlich willkommen team ich hoffe du bist glücklich du bist aktuell nur die nummer eins du machst hier nicht wirklich große hoffnung dann haben wir für die position links verteidiger also unsere natürlich unsere nummer eins jahren luka etter und tibura wird die nummer zwei wird ihn immer wieder feuer unter mintern machen damit er auch gas gibt in einem verteidigung haben wir natürlich gesetzt aktuell bogade und urukai lukas mai ich will warten wie das weiterläuft mit ihm weil er ja eigentlich ziemlich stark aussieht hartwood ballets soll noch verlängern und dann verliehen werden weil hey den roberts ist momentan eigentlich meine als nummer drei geplant weil er auch schon 80er geschwindigkeit hat er wird uns auf jeden fall um einiges verbessern hat und belästerten 62er stärke ich dachte hatte gerade irgendwie mehr hatte ich habe ihn als rechtsverteidiger deswegen du kommst hierhin dann die nummer die der die verteidigungsposition da wo ich wirklich noch gucke ob ich nicht beide verkaufe oder nacho vital in seinem vertrag steht nicht dass er spielen muss du wirst in der regel spielen dass ich ihnen dann wahrscheinlich erst mal so setzte pass lag natürlich dann mal schauen wie das so läuft und ein von den beiden werde ich verkaufen dann die legendäre zentrale zentrale mittelfeld position marco marie immer marius marien und naka die haben alle noch langfristige verträge deswegen werde ich mit naka natürlich reingehen es dann muss sie wird meine nächste wahl sein und marine wird halt wird es auf jeden fall einige male spielen und immer wenn einer von denen nicht in form ist kommt der für palme holen wir auf jeden fall eine verstärkung er ist aber der gesetzte die erst gesetzt mit seiner grundstärke von 76 wird sich natürlich auch auf jeden fall dieses jahr noch verstärken baino gittens wird startformation spielen hat eine 73er grundstärke ist ein bisschen schlechter geworden wegen verletzungspecht bale wird natürlich hinter ihnen aber bale ist eigentlich auch der kapitän deswegen würde ich es eher so machen und baino gittens immer wieder reinbringen bei ihm ist halt das ding wir sind gerade am verhandeln ne du willst auf jeden fall einige male spielen das biete ich dir an zwei millionen gehaltsverlängerung und du wirst unsere zukunft dann haben wir die rechts außen position traurie ist gesetzt romero kommt immer wieder mal ran im sturm vierter stürmer video bettisch sein erster stürmer natürlich königsdörfer außer wir finden da noch was der grui kommt an seine seite und abonichi wird dann immer wieder mal kommen weil von der geschwindigkeit passt der perfekt zu unseren sturm weil wir haben einen sehr schnellen sturm bis auf bayer grui natürlich aber da arbeiten wir noch dran die sind halt das ding ist erst älter und die beiden sind 23 und er kann ein bisschen erfahrung reinbringen juretisch ist halt dann der dritte spieler der vierte stürmer weil es die beiden mal nicht können dann kann ich ihn reinbringen lukas mai ist halt gesetzt als eventuell vierter mann aber wir müssen gucken wie das mit seiner moral weitergeht erst drei wochen noch verletzt sonst können wir den auch eventuell verkauft und setzen dann einfach auf hartwood belles dass er immer wieder reinkommt roberts und einfach mal schauen auf jeden fall muss er erst mal verlängern damit wir ihn weggeben können allein können weil ich will noch auf ihn bauen weil er ist auch nicht schlecht mit 186 groß war unsere verteidiger an sich ne 182 ein mache 182 dann haben wir 192 dann haben wir 176 hellen roberts ist natürlich auch noch ziemlich klein hartwood belles 186 und lukas mai ist auch an der 191 19 genau auf dem punkt haben wir mit arbeiten wir haben eine mannschaft stärke von 820 aber das wird sich noch verändern wenn wir einen torwart holen und aktuell sieht das ja nicht so gut aus wir sind nicht gestiegen national und internationaler prestige deswegen werden wir jetzt auch mal was machen unser stadion wir bewerben uns für das europa league finale um unser stadion unsere mannschaft so ein bisschen verbessern wir geben 250.000 dafür aus ach wir müssen mindestens 30.000 plätze haben und wir haben 28.000 dann können wir das vergessen dann können auch gut aus 87.000 2208 jahre ist ein bisschen runter gegangen aber ich habe diesen ein bisschen abgepackt dass wir spieler von der konkurrenz guter von bayern dass sie gekommen sind wir gehen erst mal hier in den kalender wir müssen hier anfangen mit unseren trainings lagern ich habe das diesmal alles ein bisschen anders gemacht weil ich ja direkt schon in der letzten folge pressekonferenz 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 dass sie alle durch sind und da haben wir hier die spieler wir machen trainings lager wie immer in tessaloniki dann kommt der laktat ist die saisoneröffnung freundschaft spiel gegen dillingen freundschaft spiel gegen hörneken und dann kommt auch schon die dann beginnen auch schon die pflichtspiele kurztrainings lagern und das pflichtspiel in erster runde gegen elversberg was natürlich unser ziel ist zu gewinnen und dann geht's los gegen schalke 04 die ja letztes jahr dortmund die meisterschaft versaut haben und dann geht köln rum und wir spielen am fünften achten neunten spieltag spielen wir gegen bayern münchen in münchen das heißt am neunten spieltag ist unser münchner derby aber danach haben wir auch schon das augsburger das ist augsburg ja 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 nein nein da hat nichts das wird eine sehr schwere woche bayern hertha augsburg dortmund das wird ein sehr schwerer monat und dann geht es auch schon in die rückrunde quasi ich habe wie gesehen wenn man länderspielpause hat außerhalb oktober habe ich ein bisschen dass wir essen gehen gemacht denn im dezember machen wir am 22 22 in der weihnachtsfeier dann kommt eine spieler feier am ersten januar ist auch ein debüt wir machen eine autogrammstunde wir sind jetzt in der ersten liga haben uns gehalten kann man über eine autogrammstunde nachdenken dann gehen wir natürlich essen wieder am 23 wenn die länderspiel pause ist hier im märz oder die einfach die pause quasi vergnügung machen wir auch und die saisonabschluss ich rechne fest damit dass wir nicht absteigen aber wir werden hier deswegen habe ich auch das schon alles vorgeplant also es sieht eigentlich soweit gut aus und jetzt kommt es zum großen ganzen wir haben 29,3 millionen und 10 millionen gehälter 58 millionen auf der hohen kante das heißt wir können eigentlich bauen und wir kriegen ja auch noch genug geld von drei fans her da sind aktuell ajax mit 44,5 millionen am höchsten ich bin dafür dass wir ihn für minimal 50 millionen würde ich ihn abgeben aber ich gucke erst mal ich mache erst mal so ein bisschen wie heißt ein bisschen pokern ich pokern erstmal ein bisschen mit ihm und wir schauen dann wir gehen erstmal hier auf nur realistische transfers dann haben wir gianlucasaro 73er ok 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 der wäre aber was für die zweite mannschaft bei der zweiten mannschaft haben wir keine da haben wir keine und er soll eigentlich ein bisschen aufgebaut werden müssen wir mal schauen wie sieht es eigentlich aus kooperation unser vertrag müsste eigentlich durch seine greiz haben ja der ist eine unterklassige verein ich kann den nur ein paar spiele anbieten die ich weiß nicht das ist und dann und so wenn zu viel für die müssen die halt gucken die kriegen halt 500.000 von uns und dann schauen wir das mal dann schauen wir das mal so anzahl u21 transfers haben die irgendetwas was für mich ansprechbar ist nicht wirklich ich kann nichts damit anfangen aktuell bei den seat überleit dass ich euch nicht retten konnte so wir gehen in die transfers als hermarkt aktuell angeboten erstmal die ablöse freien spieler wir gehen natürlich ein bisschen höher dass das ein bisschen gecatcht wird wurde und gregoritsch sind zu haben aber wir brauchen im sturm ja aktuell gar kein märz sind wir rechts verteidiger personen position wäre natürlich was unser unser blickfeld stehen auch so einige ja kins hier marvin heinz werde ich wieder diesmal nicht nach crystal palace sondern nach leeds united die aktuell einen linksverteidiger suchen könnte auf jeden fall auch eine verstärkung sein für die crystal palace spielt könnte ich hätte ich eigentlich auch wieder versuchen können die sind ja auch noch nicht gerade da wo sie sein soll aber leeds wurde mir nur angeboten für eine laie deswegen müssen wir schauen wir gehen jetzt rein in die spielersuche wir wollen natürlich das beste für uns deswegen gehen wir vertragsspieler das gehen wir auf maximal natürlich hier auf sagen wir mal 74 keeper vorhüter nur beste position realistische transfer und mal sehen was uns angeboten wird und mainz 05 robin zentner als wird nur es werden nur ältere spieler angeboten das ist schon mal was sehr interessant ist mit einer 75 das ist schon mal sehr interessant wenn wir auch mit 72 runter gehen was für uns da angeboten was ist das jüngste was uns angeboten lennart grill von union berlin ok hätte was saru lennart grill ist 1 meter 92 paro ist 1 meter 95 weiß nicht was ich dazu sagen soll jan sommer von gladbach wäre auch noch da der geht aber auch schon ohne grundstecke ist 74 er geht aber auch schon runter oder bauen wir einfach auf unseren neuen keeper da in der verteidigung wollen wir einfach auf ihn wie groß ist er lukas schneller 1 meter 88 ist eigentlich ziemlich groß wir machen also gleich noch die trainingsziele und so alles einstellen kann man auf jeden fall mit arbeiten würde ich sagen form hat von acht aktuell also eine grundstärke hatte normalerweise von 70 schwierig 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 wir müssen wir müssen auf jeden fall schauen wie ich gehe mal runter auf die 68er was uns angeboten wird da haben wir auf jeden fall ein paar talente hier der modell aber talent mäßig freundlich auf ihn jetzt dass du mit seiner 23 jahre und ich denke schon dass wir da einiges richtig machen werden das einzige was hier noch vielleicht wer wer hier dann dennis necker er würde wahrscheinlich auch grundstärke 71 würde ihn wahrscheinlich sehr großartig den rang ablaufen aber wir machen mal hier 70er wir machen mal lieber 70er über 20 spieler gefunden wenn wir mal außerhalb der talenten wir brauchen einen ersatzkäfer werden wir christens und leonard grill als ersatzkäfer wäre auch schon ziemlich hart eigentlich was ist das älteste was auf dem markt ist marvin hits als ersatzkäfer halt man könnte man eigentlich mit arbeiten meine halb fährmann alle als ersatzkäfer optimal eigentlich würde ich sogar so würde ich sogar sagen ist einfach ist ja nur der ersatzkäfer ist ja auch nur für ein zwei jahre dafür man könnte sich ein wechsel zu uns vorstellen wir freuen uns darauf ihre vorstellung zu hören bis ergänzung spieler wir bieten die 500.000 zwei jahres vertrag so von den prämien her ja komm komm bis zwar schalker und als dortmunder aber trotzdem trotzdem bis zu was besonderes jasper wäre hier auch noch was mit valencia und barcelona und ajax hat auch internationale erfahrung aber hat der fährmann auch und das wäre natürlich jetzt noch normal ich nehme ihn auf jeden fall auch noch ins blickfeld wir gucken noch weiter mit den wir gucken noch weiter mit den jüngeren keepern wie das jetzt läuft wir gehen jetzt erstmal erstmal auf den anderen auf schneller entwickelt sich bestimmt auch schneller ich bin so schlecht so jetzt die rechtsverteidiger position da brauchen wir mindestens ein 75er und da gehen wir auch in ältere und erfahrene spieler was wir uns hier angeboten wir haben als erstes von stuttgart 10,5 millionen spielerinfo sieht alles stark aus seine grundstärke wissen wir noch nicht ganz der muss erst gescoutet werden deswegen nehmen wir ihn ins blickfeld wurde glaube ich auch schon mal von uns verhandelt und wir scouten ihn so beobachtet jugendspieler nein aktuell gibt es nur für uns scouting du auch du brauchst keinen keine mannschaft momentan scouten dann haben wir noch den polen michael karabobnik würde ich auf jeden fall auch ins blickfeld nehmen gucken was er so was die scouts zu sagen und wen hätten wir dann noch niederländer hier kass denzel hall wegfeld aufnehmen spieler scouten so und brasilianer nein sonst ist dann nicht wirklich jemand wo ich sage da muss ich auf jeden fall zuschlagen da muss ich auf jeden fall zuschauen mit 74 vielleicht noch kommt da noch irgendwie was an erfahrungen auf markt wo wir denken okay da müssen wir doch noch mal drüber nachdenken martin montoya das wäre natürlich auch der hätte noch die erfahrung der breiten der jahrelange erfahrung sogar bei inter hat er drei spiele gemacht okay aber nein dann die nächste position offensives mittelfeld offensiver mittelfeld ersatz für palenberg ein spieler der palenberg ein bisschen den rang abläuft deswegen gehen wir da auch auf 71 und ihnen ein bisschen pause verschreibt da hätten wir auf jeden fall volker berner hier von rapid wien das wäre natürlich der würde ihn nicht nur den rang ablaufen ihn wahrscheinlich auch bald ersetzen und das wollen wir eigentlich nicht ich nehme die auf jeden fall du bist sogar mein blickfeld das ist schon mal geil da haben wir videowitsch und gladbach dann haben wir immer besser stücke mit türken haben wir eigentlich gute karten gemacht und stärke 72 8 millionen das ding ist ihr seid zu teuer ich will nicht so viel ausgeben von dem geld romano schmied von leipzig von mt name mt sieht aber hat was wieder scouten hier nachdem du karbonik genaut scouten hast mt er kellen kam von hertha und werder bremen niklas schmidt julian green janik habra diego weil das soll ja mehr sein so was wie er kellen kam ja schon etwas oder oder abliegen von leverkusen aber das spielt in der zweiten von leverkusen aber das ist sein vertrag läuft raus ne kaufangebot die sind aber nicht bereit den abzugeben wir sind nicht bereit den abzugeben bei ja wie wir scouten dass man wiskau erstmal weiter dann eine position die mir auch noch nicht so stark gefällt ist die rechts außen position weil die machen immer was dann kann ich einen eventuell abgeben wenn ich da was finde wenn ich natürlich auf der rechts außen position was gescheites finde wo ich denke okay nice damit arbeiten wir da kann man wirklich mit gut arbeiten dann hätten wir schildo fahren norwich city nein christian führig stuttgart etwas bar kerriata ja natürlich auch so erfahrungen und christian führig stuttgart ist das der fahrer und christian palace ja tatsache ne wie viel zahre ribero shakiri jungen shakiri wäre aber das wäre auch wieder so eine erfahrung einfach nur dass wir einfach nur pure erfahrung aber raschika habe ich ja versucht der wollte zu viel geld und von den jungen herr müssen wir an alvarez hier ist scouten wegfeld aufnehmen wie immer und schnappen ja genau das hatte ich vor genau das hatte ich vor nicht anderes und ins blick für wieder nehmen so dann wir sind halt nicht so wir sind halt nicht so gut wir gehen jetzt mal auf das was uns maximal zu steht vielleicht steht da doch irgendwas wo ich denke okay da müssen wir noch mal zuschlagen jeremy frick zum beispiel als keeper könnte man arbeiten mit so dann gucken wir maximal stärke bekanntheit wo wir wirklich bekannt sind philipp hofmann sturm jane cabra robin sandner als keeper von mainz wäre natürlich auch noch mal eine verstärkung 1 meter 94 groß er wäre wirklich wenn ich jetzt unzufrieden bin würde ich auf ihn gehen als ersten keeper ins blickfeld aufnehmen da würde ich mit aber damit könnte ich arbeiten auf jeden fall kind zombie hamburg amiri eggestein von freiburg wäre auch noch mal die erfahrung für die offenheit mapropanos wollte ich eigentlich für die in verteidigung noch mit drüber nachdenken und er ist auch nicht so teuer das könnte auch noch dann könnte ich ein verleihen weil er wäre auch von der spielerstärke wäre auch eine 75 und wäre die erfahrung marupanos ins blickfeld nehmen raschel geierhofer jackel und allen das sind halt nur wirklich in verteidiger talent aber marupanos wäre halt wirklich die erfahrung die kommen würde so dann würde ich sagen die mannschaft steht erst mal im sturm und so wir kriegen nicht wirklich bessere spiele aktuell als das was wir schon haben ein paar verstärkungen holen wir uns noch für die torwart position und so alles die jugendmannschaften stehen aus ich habe ein bisschen ausgemistet wir haben neuen keeper 18 jahre 60 der kriegt auf jeden fall auch für die nächstes jahren zweite mannschaft der vertrag das sieht gut aus ich habe die alle die unter 50 waren und unter drei sterne wenn sie zweieinhalb sterne hatten mussten sie über 50 sein weil ich will mindestens jetzt die mannschaft so aufbauen zum beispiel nächstes jahr werde ich machen dass die mannschaft weil wir schon ein paar 56er haben musste mindestens 56 haben und drei sterne oder du musst 56 55 übertreffen und 2 1 halb sterne und alles darunter geht weg in der b-jugend ist es ein bisschen anders da gehe ich in nächstes jahr auf die 50er wir haben zum beispiel hier das mega talent christoph gras der wird in sturm aufgebaut höchstwahrscheinlich da gehe ich auch noch werde ich gleich alles einstellen mit das heißt ich bin jetzt schon 20 minuten einfach am reden für die einleitung wenn man sich vorstellt 20 minuten deswegen werde ich die erste folge auch direkt hier verbanden das ist quasi die intro folge für saison 5 und nächste woche gehen wir in die vorbereitung und ihr könnt dann machen wenn ich jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen die spieler einstellen die jugendspieler die drehen mentor verdient haben die trainingsziele das werde ich alles jetzt noch einstellen und wir sehen uns dann in der nächsten folge nächste woche wieder in aller frische ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat das gerne eine bewertung da ansonsten sehen wir uns nächstes mal wieder haut rein bis zum nächsten mal und ciao ich weiß dass sie wissen ja ich habe keine zeit mache immer weiter denn ich fühle diesen weil viele wollen connecten weil sie wissen wer ich bin aber ich habe kein interesse weil ich nicht weiß wer sie sind aber lasse sie reden wenn ich mein geld zählt ja